einen wunderschönen guten tag es ist heute samstag der 2 der elfte im kreuz spielt gerade jbo um die ecke ich habe leider keine karten mehr bekommen deswegen muss ich mich jetzt wohl ein bisschen mit mir selber beschäftigen und ein bisschen selber musik machen und ja ich gucke jetzt einfach mal was dabei rauskommt eventuell bekommen ich eine idee tausend flaschen Guinness stehen im regal wir haben angst die kannen werden schal alle hemmungen sollen fallen und natürlich der rekord erst dann verlassen wir heut diesen ort denn wir tauchen uns ins Guinness Buch das ist der letzte versuch bis zum verlust der mutter sprache ist der weg noch weit trotz allem sind wir mittlerweile breit mit jeder leeren flasche steht unser niveau und mancher schaut so wir haben es auch für uns ins Guinness Buch das ist der letzte versuch wir haben es auch für uns ins Guinness Buch das ist der irische Fluch 500 flaschen Guinness 500 Flaschen Guinness stehen noch im Regal so langsam schwindet unser Arsenal falls wir gewinnen werden hören wir damit auf und setzen jedes Jahr noch einen drauf wir haben es auch für uns ins Guinness Buch das ist der irische Fluch wir haben es auch für uns ins Guinness Buch das ist mein einziges Buch wir haben es auch für uns ins Guinness Buch das ist mein einziges Buch wir haben es auch für sie das denn wir haben also für uns alle